Die Walt Disney Aktie hat in den letzten Monaten einen kontinuierlichen Abwärtstrend verzeichnet. Doch gestern gab es ein beachtliches Signal. Die Bullen schafften es tatsächlich, die EMA 200 im Tagesschart zu erreichen. Dies ist ein bedeutendes Zeichen für das Unternehmen. Allerdings ist zu beachten, dass die Kurse sich derzeit auf dem Niveau bewegen, das sie bereits zwischen Mai und August dieses Jahres hatten. Ein interessanter Aspekt ist, dass wir uns genau auf dem Kursniveau vom 13. März 2023 befinden. Damals erholten sich die Kurse bei 90,46 US-Dollar. Im Tagesschart sehen wir die EMA 50 in blau und die EMA 200 in grün. Interessanterweise war die EMA 200 bereits im Mai ein entscheidender Widerstandspunkt. Die Kurse stiegen bis dorthin und fielen dann um etwa 20 US-Dollar bis zum Tiefpunkt bei 78,78 US-Dollar. Der RSI unter dem Chart zeigt, dass noch Raum nach oben vorhanden ist, was bedeutet, dass die Märkte nicht überkauft sind. Dies gibt den Bullen Hoffnung. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktien interessiert sind, dann schauen Sie ganz unten in der Videobeschreibung nach. Dort finden Sie den Link zu unserer Aktie des Monats. Es besteht jetzt die reale Möglichkeit, dass die Kurse nicht nur die EMA 200 erreichen, sondern auch darüber bleiben könnten. Die Frage ist nun, wie hoch die Walt Disney Aktie steigen kann. Es gibt immer noch eine Kurslücke, die nach dem 10. Mai dieses Jahres entstand. Der Schlusskurs betrug damals 101,14 US-Dollar, aber die Kurse stiegen nur bis 95,11 US-Dollar. Ein mögliches erstes Ziel für die Bullen liegt daher bei etwa 95 US-Dollar. Dies wäre angesichts der jüngsten Entwicklung eine beachtliche Leistung. Bis vor kurzem gab es nur fallende Tiefs und eine Hürde bei etwa 86 US-Dollar. Diese Hürde wurde endlich überwunden, wenn auch durch eine Kurslücke. In den meisten Fällen bewegen sich die Kurse nun seitwärts, bevor sich die nächste Richtung abzeichnet. Es ist durchaus möglich, dass die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird, da die letzten Wochen einen stabilen Boden zu zeigen scheinen. Die Frage bleibt, ob es besser wäre, die Kurslücke zu schließen. Das ist schwer vorherzusagen, aber die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs auf 85 US-Dollar und anschließender Rally scheint derzeit gering zu sein. In den meisten Fällen verharren die Kurse jetzt auf diesem Niveau, bevor die nächste Bewegung klar wird. Es besteht jedoch eine gute Chance, dass es weiter nach oben geht. Die letzten Wochen deuten auf eine mögliche Trendwende hin. Das war eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen bei Walt Disney. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden die Situation weiterhin im Auge behalten.